Hallo Leute, ich grüße euch herzlich zu diesem neuen Video. Ich bin's, der J-Rack-Profi und mit dabei ist der Luca aus dem Screencast-Profi-Team. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum dieses Video auch bei uns kommt. Ganz einfach, wir sind einfach zu faul, zwei Videos zu machen und deshalb laden wir beide auf zwei Kanälen hoch. Beziehungsweise gleich auf zwei Kanälen. Okay, also es ist ein Tag vor der Keynote. Wir haben heute den 11. September, morgen den 12. September. Und ja, ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitbekommen, dass es morgen die Keynote ist, wo das iPhone und weitere Produkte erscheinen werden. In diesem Video soll es nur um das iPhone gehen, im kommenden Video soll es dann auch um die weiteren Produkte gehen. Wir haben uns die Mühe gemacht, um einfach mal alle Gerüchte zusammenzustellen und alles zusammenzufassen und euch in Prozent die Wahrscheinlichkeit mitzuteilen, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Produkte erscheinen. Genau, dann haben wir als erstes, als ersten Punkt das 4 Zoll Display. Unser Website-Team, beziehungsweise unser YouTube-Team, wir denken, dass das Ganze zu 95% Wahrscheinlichkeit real wird. Also 95% schätzen wir mal, ja, wir kriegen ein 4 Zoll Display. Ja, der Grund für das 4 Zoll Display ist einfach, weil besonders andere Smartphones, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen von Samsung, das Samsung Galaxy S3 soll jetzt sehr oft verkauft sein und Apple möchte natürlich jetzt nachziehen und auch ein 4 Zoll Display einbauen. Das hat halt den Vorteil, dass man besser im Internet surfen kann, besser Filme gucken kann. Da hat es auch den Vorteil, dass das Ganze jetzt im 16 zu 9 Format ist. Das heißt, wir haben nicht mehr die schwarzen Balken am Rand und wir können auch Spiele spielen, alles Mögliche geht dort viel einfacher, es wirkt schicker und passt einfach zum neuen Design. Genau, als zweiten Punkt haben wir dann das dünnere Display. Da glauben wir zu 82% dran, einfach, dass das Design, beziehungsweise das Display dünner wird und somit auch das gesamte iPhone dünner werden kann. Ja, eigentlich habe ich dir jetzt eigentlich schon deinen Part vorweggenommen. Ja, also ich wollte noch sagen, das dünnere Display, das trägt den Namen Incel-Technologie, beziehungsweise das sind die Incel-Displays, dort hat man auch gesehen, dass die angeblich schon in Produktion waren, die sind jetzt natürlich, nehme ich an, schon fertig und den Vorteil hat es natürlich auch bei der Produktion, dass das Ganze leichter geht und auch beim Endbenutzer, das Gerät ist leichter und alles wirkt einfach leichter. Ja, genau, dann haben wir das neue Design. Beziehungsweise die neue Rückseite. Genau, die neue Rückseite, da glauben wir zu 95% dran, also schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass das kommen wird. Was meinen wir überhaupt mit neuer Rückseite, erklär es mal bitte. Ja, also wir meinen, dass momentan gab es ja bei Apple immer die Glas-Rückseite, nun soll eine Metall-Rückseite reinkommen, vielleicht Aluminium, man ist sich noch nicht so sicher, wie das mit den Kratzern aussieht, ob das gut läuft, aber insgesamt an allen Bildern, die man gesehen hat, war diese neue Rückseite zu sehen und ich muss ehrlich sagen, das wirkt sehr edel, sehr schick und passt auch zum neuen Display. Als nächsten Punkt haben wir dann die neue Kamera. Da glauben wir zu 60% dran. Wahrscheinlich wird es eine 12-Megapixel-Kamera, habe ich mitbekommen mal, hat Sony mal ausgeplaudert, dass eine 12-Megapixel-Kamera von ihnen reinkommt. Aber es liegt ja eigentlich gar nicht so an den Megapixeln, wie gut die Fotos sind. Es liegt ja an der Linse und an der, wie viel Licht in die Kameralinse reinfallen kann. Ja, das wird dann einfach vergrößert und weiterhin verbessert. Und ja, deshalb glauben wir da zu 60% dran. Ja, nur nochmal, um das zu erwähnen, warum wir nur zu 60% dran glauben. Die anderen Gerüchte, die hatten ja immer mehr Prozent, die wir jetzt bisher euch vorgetragen haben. Das momentane iPhone hat eine 8-Megapixel-Kamera und auch eine gute Videokamera. Man muss sagen, die Fotos, die sind zwar nicht perfekt, aber wirklich sehr gut und die kann wirklich mit allen anderen Smartphones mithalten. Momentan gibt es dort wirklich in der Kamera keine Konkurrenz, wo man sagen kann, die ist viel besser. Also ich denke, dass es nicht unbedingt kommen müsste. Das wäre auch so ein Update, wo man sagen könnte, das braucht man nicht unbedingt. Und nächstes Jahr, wenn dann ein iPhone 5s oder dann nochmal ein neues iPhone, wie es denn heißen wird, weiß man ja noch nicht. Wenn das dann kommt, dann kann man sowas wieder als kleines Update reinbringen, denke ich. Ja, möglich. Als nächsten Punkt haben wir den neuen Dock-Connector. Das würde ein 8-, 9- oder 19-Pin-Dock-Connector werden. Halt einfach kleiner, so wie ihr es jetzt von den ganzen Bildern, Mock-Ups und so weiter kennt. Ja, daran glauben wir zu 95%. Und ja, ich glaube, ich habe dir damit jetzt schon alles weggenommen. Mach du mal weiter mit dem nächsten Punkt, und zwar der Nano-SIM. Ja, die Nano-SIM, dort mal eine Überraschung, wir glauben zu 100% dort dran. Das liegt einfach daran, die Nano-SIM ist natürlich kleiner als die momentane Micro-SIM. Das hat natürlich den Vorteil, dass man Platz spart. Und wir denken zu 100%, dass sie kommt, weil wir hatten beides schon Kontakt zu Leuten von Vodafone. Und die Mobilfunkanbieter müssen natürlich auf die neuen SIM-Karten vorbereitet sein. Und am 12. September werden neue Nano-SIM-Karten geliefert. Und am 12. September ist auch das Event, also morgen. Und das passt eigentlich genau überein. Und ich denke mal, wozu sollen die sonst an dem Tag die Nano-SIM-Karten brauchen? Und also deswegen da die 100%. Genau, und es gibt ja auch kein Gerät, was jetzt mit Nano-SIM ausgestattet wird. Deshalb wird es auf jeden Fall für das iPhone sein. Das ist klar. Als nächsten Punkt haben wir dann Neafield Communication, kurz NFC. Da mal eine kleine Überraschung, mal wieder 30% nur. Da glauben wir aus folgendem Grund nur dran, weil, ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen schon, Samsung möchte Apple verklagen, sobald ein Smartphone mit NFC kommt. Und ich schätze mal, das war ja überall in den Medien, beziehungsweise im Internet zu sehen, in den ganzen Foren, News-Blogs und so weiter. Und ich denke mal, dass Apple nicht blöd ist und die das jetzt mitbekommen haben und daher das jetzt nicht riskieren wollen und deshalb kein NFC-Chip reinbauen. Aber da gab es noch was. Vielleicht weißt du das? Ja, also ich hatte dazu noch was. Am Anfang dachte ich auch wirklich, NFC kommt. Also erstmal, um das zu erklären, das ermöglicht halt bargeldlose Zahlen. Wir haben das auch schon teilweise mit der Passbook-App jetzt in iOS 6 gesehen. Und man geht einfach in den Superladen und bezahlt damit mit dem iPhone. Nur das Problem dabei wäre, ist auch, wo die Daten hingehen. Ich meine, wenn man da seine Bankdaten angeht, weiß man nicht, wo die hingehen. Und das ist noch nicht ganz so sicher, diese ganze Nierfield-Communication. Ich glaube, die Technik ist dazu auch noch nicht ganz so ausgereift. Und ich denke, nächstes Jahr wäre dann, wenn dann, ein entsprechender Zeitpunkt, wo man ein iPhone mit NFC rausbringen könnte. Genau, jetzt hast du eigentlich nicht das gesagt, was ich vermutet habe. Aber das ist nicht schlimm, dann sage ich es halt. Es gab mal frühere Mock-Ups, beziehungsweise Bilder des iPhones, wo man dachte, dass man einen NFC-Chip sieht. Dieser hat sich jetzt aber dann auch als falsch rausgestellt. Es soll wohl ein Teil der Kamera sein. Und daher fällt dann dieses Teil weg. Und man weiß nicht, man hat noch nichts gesehen, was auf einen NFC-Chip hindeutet in den Mock-Ups. Insofern wahrscheinlich kein NFC dieses Jahr. Okay, als nächstes hätten wir dann den neuen Prozessor. Also es wird ein Quad-Core, also Vier-Kern-Prozessor. Also ich denke, auf jeden Fall, der wird A6-Prozessor, also A6-Chip heißen. Der A5-Chip ist ja momentan iPhone-verbaut. Und A5X-Chip, das möchte ich jetzt noch einmal klarstellen. Das ist wirklich nicht gedacht, um damit das Gerät schneller zu machen. Dazu ist der RAM zuständig, der natürlich auch erweitert wird. Sondern der A5X-Chip ist speziell eigentlich für das iPad gemacht. Dass diese hohe Auflösung des Retina-Displays überhaupt möglich gemacht wird. Dass das dort flüssig drauf läuft. Dafür ist der A5X-Chip zuständig. Und nun soll halt der A6-Chip drauf. Dass alles flüssig läuft. Und ja, Spiele werden sowieso nicht mehr dort haken. Und eigentlich wird man dann mit der Schwindigkeit eigentlich keine Probleme mehr haben. Und wie gesagt, der RAM, den habe ich ja schon angesprochen. Der wird dann auch hochgehen. Vielleicht auch 1 GB, vielleicht sogar noch höher. Aber da weiß man auch noch nicht ganz genau. Genau. So, als letzten Punkt haben wir dann 4G LTE. Da glauben wir zu 99% dran. Ja, es muss eigentlich kommen. Die ganzen Konkurrenten von Apple haben NFC in ihren Smartphones verbaut. 4G LTE meinst du? Was habe ich gesagt? Nicht NFC. NFC, ich habe, meine ich natürlich LTE, klar. Sorry, danke. Die haben das alles schon verbaut. Siehe S3, siehe andere Smartphones, ja. Und warum sollte Apple da dann nicht nachziehen? Man hat ja früher schon beim 4S gedacht, dass 4G LTE Unterstützung kommt. Das war dann nicht der Fall, wahrscheinlich, weil es einfach nur nicht ausgereift war. Aber dieses Mal soll es dann kommen. Im iPad war es ja schon der Fall, wobei es noch nicht in Deutschland nutzbar war. hoffen wir einfach mal, dass es dann weltweit nutzbar ist. Ja, also zu der Sache, dass es weltweit nutzbar ist, dafür haben wir auch auf der Website Screencast Profi, unsere Website, einen Artikel geschrieben. Und wir gehen davon aus, dass es diesmal wirklich weltweit möglich ist, weil wie gesagt, Samsung macht das nun auch weltweit. Und auf jeden Fall in Deutschland, das ist einer der Länder, wo es noch am besten funktioniert in Europa. Und deswegen denken wir, Deutschland, da wird es auf jeden Fall funktionieren. Und man kann auch auf der Seite von Vodafone seinen Standort eingeben und dort gucken, wie dort das Netz zu 4G ist. Und ja, 4G dazu auch nochmal. Ich habe ja den Kontakt mit jemandem von Vodafone. Und er sagt, dass auf jeden Fall 4G dort eingebaut wird in das neue iPhone. Und das, wieso er sich so sicher ist, natürlich Vodafone oder auch die Telekom, die müssen natürlich vorher wissen, wie sie, welches Mobilfunk sie den neuen Geräten anbinden oder was dort mitgeliefert wird, kann man so sagen. Und ja, dort wissen sie auf jeden Fall, dass das 4G sein wird, also LTE. Und ich kann euch sagen, das ist wirklich sehr schnell. Genau, so. Ich würde sagen, das war es zu diesem Video. Morgen ist ja die Keynote. Und da können, schalten wir Livestream, da könnt ihr unseren Livestream verfolgen. Auf screencastprofi.de slash live. Und jetzt habe ich dir deinen Part wieder weggenommen, tut mir leid. Ja, also ich mache natürlich auch einen Livestream. Unser, gehe ich über Google Hangouts, über unseren YouTube-Kanal. Dort könnt ihr halt bei J-Rack-Kofen einfach auf den Kanal gehen und dort auch unseren Livestream angucken. Aber dazu habe ich auch jetzt ein Video gemacht, deswegen wollte ich darauf jetzt nicht näher eingehen. Falls ihr noch nähere Infos zu den jeweiligen Gerüchten wollt, in meiner iPhone 5-Gerüchte, die jetzt ein bisschen her ist, habe ich da nochmal drüber gesprochen, das Ganze ins Detail analysiert, kann man so sagen, dort könnt ihr gerne, wenn ihr Interesse habt, reinschauen. Und wir wollten nochmal zu guter Letzt um eine Sache reden. Wie wird denn das neue iPhone überhaupt heißen? Achso, ja, ich gehe nach der Einladung wirklich davon aus, dass es iPhone 5 heißt, obwohl ich vor der Einladung, bevor die Einladung rausgekommen ist, gedacht habe, klar, heißt neues iPhone, weil das neue iPad heißt ja auch neues iPad und die iPad 3. Aber nach dieser Einladung mit der 5 unten dran als Schatten, bin ich fest der Überzeugung, dass es iPhone 5 heißt. Ja, also ich bin da eher sehr anderer Meinung. Ich habe ja auch erzählt, dass bei Vodafone auf jeden Fall das neue iPhone heißen wird, 6th Generation, weil es ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, eigentlich die 6. Generation ist und nicht die 5. Aber ja, dann kam halt diese Einladung, aber ihr habt schon die Vermutung gehört, es geht wahrscheinlich darum, dass 5 neue Geräte vorgestellt werden. Dort könnt ihr auch nochmal unser nächstes Video dann angucken. Und das, glaube ich, ist eher der Grund, weil ich muss ehrlich sagen, Apple ist ja nicht dumm. Ich verstehe nicht, wieso sie sollten sich ein neues iPad rausbringen, was nicht iPad 3 heißt und jetzt das iPhone auch nicht dazu anpassen. Das würde alles das Konzept durcheinander bringen. Außerdem glaube ich, dass Apple nicht die Zahl 5, dass es iPhone 5 heißen wird, schon vorher verraten möchte. Ich glaube, Apple möchte, naja, die Leute ein bisschen halt auf die Folter spannen, damit, ja, halt alle, wie wir auch, gespannt sind auf den morgigen Tag. Genau, so ist es. Ich würde sagen, das war es von unserer Seite, von meiner Seite. Ja, schaut beim Jailbreak-Profi auf dem Kanal vorbei. Der Link ist natürlich unten verlinkt. Und schaut bei uns vorbei auch. Wahrscheinlich ist bei deinem Video auch unser Kanal unten drin verlinkt. Genau. Schätze ich mal. Und ich würde sagen, das war es von meiner Seite. Ciao, haut rein und ab 18 Uhr könnt ihr morgen auf screengassprofi.de slash live unseren Livestream verfolgen. Ja, bis dann.